oh sehr schön das haben wir gerade so geschafft ich habe vergessen ich habe nicht gesehen dass hier eine rampe ist hätte sauge gehen können also ja gegen zwei so chieftains ist das schon ganz schön böse also wie die meine soldaten weggepasht haben so dass hier machen wir am besten genauso es gibt zwar hier eine möglichkeit für sie zu landen aber die ist echt klein so wie es aussieht so 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 Also ja, keine Chance hier. Das ist echt gut, dass die nicht schwimmen können. Die Schreiber-Kreiber-Kreiber-Kreiber-Kreiber-Kreiber. Wow, es ist echt gut, dass hier niemand landet. Das macht es für uns zerdamm einfach. Und wieder sieben Punkte für uns. Yay. New starting item, Philosopher's Stone. Ah, weil der weiß umkreist war. Was macht der? Zusätzliches Gold. Half-Price-Skills, hm? Dann kippt du das mal. Hm. Dich graden wir ab. Und das Ding graden wir auch gleich mal ab. So, wir haben all unsere... All unsere Züge aufgebraucht. Also müssen wir die nächste Runde starten. Hm, ich würde mich ja trauen, da das hier sehr viele Gebäude sind und es nur Standardgegner sind, mit einem Schwertkämpfer und dem Bogenschützendruck die Insel zu machen. Und die Insel dann... Mit Schwertkämpfer, Bogenschützende und Speerträger. Also ja, machen wir das mal so. Aber nicht mit dir, wir nehmen unseren zweiten Sch... Tropf. Das könnte vielleicht für die beiden Trupps etwas viel werden. Sobald die Gegner auch anscheinend ein bisschen zugelegt haben. Sobald die Gegner sind. Soh? Soh? Gut Wieder Victory Hm Zeig mir mal die Map, dann kann ich entscheiden Es ist eine Hütte und es gibt nur einen Weg hoch Für was eigentlich dann die Mühe machen Wir deployen dich Und deployen Dich Wissen wir was, wir deployen sicherheitshalber auch dich Wir können eh keinen Zug mehr machen dann Für den Fall, dass nämlich Bogenschützen Die Bogenschützen kommen und irgendwo stehen wo die Archer sie nicht abschießen können Also unsere Bogenschützen, die Wikinger Bogenschützen nicht abschießen können Gute 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 ja genau für solche momente habe ich dann doch lieber noch die infanterie so da kommen noch zwei schieftains an und da liegt jetzt ein riesiger bergleichen auf dem hang das sind nur chieftains und die insel ist nicht gerade gut für uns also ja sie würde viel an münzen geben aber gegen zu viele chieftains uns zu wehren haben wir bald das ende erreicht oder warum geht es nicht weiter muss ich jetzt gerade sagen habe ich nie so wirklich darauf geachtet nein wir nehmen erstmal die insel lieber ja die können wir so hier nach da hier nach da hier nach da oben ja 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 da rein und euch heilen ja 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 So, ihr nach da. Genau, sie ist gegen die Schilder. So, ihr nach da.